Wir haben eine große Sehnsucht nach neuen deutschen Lobpreisliedern. Wir haben schon viel Lobpreis gemacht, auch in Bands gespielt und wir hatten so dieses Gefühl, dass wir unsere Lieder, die wir geschrieben haben, nicht im Keller lassen wollen. Wir hatten einfach so das Gefühl, wir wollen die Lieder irgendwie weiter schenken. Loblied ist ein Kollektiv aus verschiedenen Musikern, die sich zusammengesetzt haben und wirklich so ein Herz dafür haben, Gott anzubeten, vor Gott zu kommen und ihm die Ehre zu geben, auf der einen Seite, aber auch gleichzeitig so das Herz auszuschütten und in Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Wir sind ja viele unterschiedliche Musiker aus unterschiedlichen Gemeinden. Wir haben keine Musikbeispiele, gar nichts. Das heißt, es ist echt schwierig, Spenden zu bekommen für ein Projekt, unter dessen Namen sich niemand etwas vorstellen kann. Und wir waren sehr, sehr entmutigt und drei Tage vor Ablauf der Startnext-Aktion kam ein Anruf, ein großes Wunder. Carsten von SHIFT, wir machen Telefone und andere Sachen, hat angerufen und gesagt, Gott hat ihm gesagt, er soll uns 45 Kopfhörer spenden, die wir dann als Geschenk praktisch weitergeben können und dafür Geld sammeln können. Ein paar Wochen später waren wir dann auch dort in Wörsdorf und das Interessante ist, wir sind eigentlich alle ziemlich krank angekommen. Alle waren irgendwie müde und erschöpft und das ist die beste Voraussetzung eigentlich für dieses Projekt, weil Gott sagt, wenn wir schwach sind, ist er stark oder aus dem Lob der Schwachen baut er eine Festung. Und das heißt, wir sind mit leeren Händen angekommen und haben uns von Gott einfach füllen lassen. Also die meisten von uns haben sich ja erst durch das Projekt kennengelernt und trotzdem war es unglaublich schön, in die Gemeinschaft in der Woche zu erleben. Das gemeinsame Essen und zusammen musizieren, die Gespräche, das war einfach eine ganz gesegnete Zeit. Also ich habe wirklich jetzt bei dem Projekt das erste Mal für mich ein deutsches Lobpreislied geschrieben oder zwei deutsche Lobpreislieder in meiner Muttersprache und es war gar nicht so einfach, wirklich sich mit dem mal auseinanderzusetzen. Und zwar eine tolle Erfahrung, weil zum einen ist es so, dass sich auf Englisch vieles cooler anhört und vieles leichter zu singen ist. Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass diese Muttersprache doch noch mal ein bisschen tiefer geht, wirklich so innere Punkte in mir noch mehr anspricht, wo ich viel ehrlicher und echter noch mal vor Gott kommen kann. Und wenn es mir so geht, dann denke ich, dass es anderen sicherlich auch in einer ähnlicher Weise auch so geht. Im Lobpreisprojekt steckt eine schöne Authentizität, was Eigenes, was Authentisches, eine tiefe Ehrlichkeit, glaube ich, die auch in den Songs steckt und was sich hoffentlich transportiert, was man hoffentlich mitkriegt. Das Projekt lebt von Spenden. Wir wollen auch weiterhin Lieder kostenlos verbreiten und die laufenden Kosten müssen auch gedeckt werden. Und wenn dir das Projekt gefällt, dann unterstützt uns. Wir sind echt dankbar für jede Unterstützung. Für Likes. Genau, für Likes. Schaut auf unserer Homepage vorbei. Es gibt immer wieder Neuigkeiten. Ja, unterstützt uns. Wir freuen uns. Gottes Segen. Ich preise deinen Namen her. Dein Unmief will ich sehen. Ich preise deinen Namen her. Dein Unmief will ich sehen. Ja, 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 ja.